Los geht's und damit es wieder etwas abwechslungsreich wird, haben wir heute hier für euch ein Drachenei. Das Drachenei ist auch für uns eine Neuheit, denn so einen haben wir bis jetzt noch nie hier auf unserem Kanal ausgegraben. Daher sind wir genauso gespannt, was hier jetzt auf uns zukommt. Wir hätten es uns etwas einfacher vorgestellt, aber er will es uns nicht einfach machen. Wir haben aber noch so einige Tipps und Tricks auf Lager und diese werden wir alle nutzen. Ich war schon immer ein Fan von Drachen, daher umso spannender ist es. Und unser neuestes Video zu unserem riesigen Dinosaurier ist jetzt hier auf unserem Kanal online. Und falls wir mit diesem Video es schaffen in deine Shorts zu landen, dann lasst uns ein Abo da.